Wir haben uns in der Sitzung heute in der Karriereweiterführung gesagt, wir haben uns 100 Personen in dem Verein zu kritisieren. Wir haben uns bedankt für die tolle Lage, für den Verwurzenden der Bundesrepublik in der Bundesrepublik nicht frei zu bleiben. Wir bedanken uns für einen riesigen Applaus zum Abschied. Und lieber Christoph, wir haben uns immer mit dem Vorhinein, sei da alles, alles gut für dich, lieber Herr Schöp. Danke, Herr Schöp. Wir haben uns eineналugende Tasche, Herr Schöp. Sie denken, Herr Schöp. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Vielen Dank.